Die Mitte ist die Partei, die für Freiheit und Solidarität einsteht und die die Schweiz zusammenhält. Wer Lösungen will und will, dass die Schweiz vorankommt und dass Baselbiet vorankommt, muss die Mitte wählen. Wir leben in Baselbiet, in unserem Baselbiet. Das ist ein Grenzkanton, ein Kanton in der Nordwestschweiz, ein Kanton, der es gewohnt ist, mit den Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten, ein Kanton, der es aber auch gewohnt ist, mit anderen Nachbarkantonen zusammenzuarbeiten. Zusammen sind wir stark. Das wissen wir in der Nordwestschweiz, das wissen wir in Baselbiet. Und genau dafür setzt sich die Mitte ein. Ich bin Marie-Caroline Messerli von der jungen Mitte Basel-Land und mein Ziel ist es, dass die Jungen in die Politik kommen. Viele Entscheidungen, die heute gefällt werden, betreffen aber meistens eigentlich die Jungen. Darum möchte ich die Jungen mehr in die Politik bringen. Die sind meistens gestresst mit Ausbildung und Job. Dabei wäre es wichtig, wenn eben genau auch die Jungen die politischen Entscheidungen mitzutragen und mitentscheiden. Das Baselbiet ist ein toller, starker Kanton. Wir haben eine prosperierende Wirtschaft und da wollen wir Sorge dazu tragen. Wir haben die Up-Town in Ahlersheim oder die Baselink in Alschweil. Beides ein Areal, das sich sehr gut entwickeln und dazu beitragen, dass wir künftig auch die Ausgaben im Baselbiet miteinander finanzieren können. Wir sind nicht interessiert am Film Blablabla. Wir wollen Lösungen finden. Darum halten die Mitte das Baselbiet zusammen. Am 12. Februar unbedingt Liste 5 einlegen.